So sieht also ein ganz normaler Tag im Hause Klumkaulitz aus. Topmodel Heidi Klum besucht gemeinsam mit Ehemann Tom, Schwager Bill und Tochter Leni einen Flohmarkt. Herrlich normale Aufnahmen von ihrem Familienausflug samt Vierbeiner postet die schöne Deutsche auf Instagram. Doch neben der Ausbeute, die die Tokio-Hotel-Zwillinge stolz zum Auto tragen, haben wir hier nur Augen für Tochter Leni. Auf den ersten Blick könnte man den Teenager fast mit Mama Heidi verwechseln. Die 15-Jährige trägt nicht nur ihr Haar genau wie Heidi, sondern hat auch die tollen Gene von ihrer hübschen Model-Mama geerbt. Kurzerhand macht Leni den amerikanischen Parkplatz zu einem Laufsteg und zeigt sich super stylisch in einer Kombination aus weißem Crop-Top und High-Waist-Jeans. Da staunen wir nicht schlecht, denn Leni scheint mehr und mehr zu einer jungen Frau heranzuwachsen und kommt dabei ganz nach ihrer berühmten Mama. Während Leni immer erwachsener zu werden scheint, wird Heidi durch die Liebe zu Tommy nur so geflügelt. Mit strahlendem Lächeln grinst die Berge-Stadtbacherin in die Handykamera und genießt die Zeit mit ihren Liebsten in vollen Zügen. Schön zu sehen, dass Patchwork im Hause Klum Kaulitz bestens funktioniert. habilch啊! www.th switchingö handlingarbeiter.kommen Frage Schritt り vazge-Stadtbacherin Kolein